Musik Krieg geht an keinem Spurlos vorüber. Und wenn wir in die Ukraine schauen, dann bieten sich uns Bilder des Schreckens. Wir hören von Explosionen, Vergewaltigungen und Massengräbern. Wir sehen Verwundete, Traumatisierte und Tote. Manche Seelen erholen sich davon nicht. Manche Seelen saugen das Trauma des Krieges so sehr in sich auf, dass der Mensch dahinter nie wieder derselbe ist. Das Stichwort ist PTBS. Dahinter verwirkt sich eine posttraumatische Belastungsstörung. Und genau darüber wollen wir heute mit Oberstarzt Prof. Dr. Peter Zimmermann sprechen. Er ist klinischer Direktor in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotraumatologie in Berlin. Und er ist heute zu Gast bei Nachgefragt. Schönen guten Tag, Herr Oberstarzt. Guten Tag, Frau Hauptmann-Wotzen. Ich würde sehr gerne erst mal darauf eingehen, was ist überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung? Eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine psychische Erkrankung. Das ist eine Folge der Psyche, die sich mit schlimmen traumatischen Erlebnissen nicht ausreichend verarbeitend beschäftigen kann. Das heißt, wir haben Menschen, die unter Bildern leiden, die sich aufdrängen, Bildern vom traumatischen Geschehen, die manchmal nachts in Albträumen kommen, manchmal auch tagsüber, sogenannte Intrusionen, und dann quasi wie im Film sind. Also man hat das Gefühl, man ist wieder hineinversetzt in die alte Situation. Es fühlt sich wieder genauso an. Es ist sehr plastisch und dadurch auch sehr belastend. Diese posttraumatische Belastungsstörung ist aber nicht die einzige mögliche Traumafolge. Wenn Menschen traumatisches Erleben haben, dann ist Gott sei Dank der häufigste Fall, dass sie auch spontan wieder genesen, indem sie beispielsweise ihre Ressourcen aktivieren und resilienter werden. Einige entwickeln dann aber doch psychische Symptome, wie eben zum Beispiel bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Andere, da stehen Ängste im Vordergrund. Bei SoldatInnen haben wir zum Beispiel häufig Agoraphobe-Ängste. Das heißt also Ängste vor dem Marktplatz, griechisch, die nicht mehr einkaufen gehen können, die nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das ist sogar bei Studien, die wir an SoldatInnen und Soldaten gemacht haben, die häufigste Erkrankung gewesen. Die Agoraphobie, die auch den Lebensradius hier einschränken kann. Wir haben dann zum Beispiel Suchterkrankungen, auch relativ häufig. Da gleiten Menschen direkt zum Beispiel in eine Alkoholsucht, nachdem sie ein traumatisches Erleben gehabt haben, ohne auch zwangsläufig eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Und auch depressive Syndrome sind häufig. Das heißt, wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, die traumatisches Erleben haben, sei es im militärischen Kontext oder auch zivil, dann muss man mit vielfältigen Erkrankungen rechnen und darf also seinen Blick jetzt nicht auf Albträume oder Ähnliches richten. Wie wird denn sowas überhaupt ausgelöst? Ich muss ja nicht zwangsläufig verletzt werden, um eine PTBS zu entwickeln. Das ist richtig. Eine körperliche Verletzung ist keine zwingende Voraussetzung, um eine psychische Reaktion zu entwickeln. Allerdings ist es häufig, denn wenn jemand körperlich verletzt wird, dann spricht das dafür, dass es auch ein schwerwiegendes, psychisch einschneidendes Erlebnis gewesen ist. Ein traumatisches Erlebnis ist ein katastrophales Ereignis, das den menschlichen Erlebnisrahmen sprengt. Etwas, was nicht im Alltag vorkommt. Ich sage mal, eine Trennung, eine Scheidung, Verlust eines Angehörigen. Das sind auch schlimme Erlebnisse, die auch psychische Reaktionen nach sich ziehen können. Aber man spricht da nicht von einem Trauma. Es ist wirklich notwendig, dass es ein katastrophales, bedrohliches, lebensbedrohliches Ereignis sein muss. Und das führt dann dazu, dass sich im Gehirn die normalen Verarbeitungsmechanismen nicht richtig etablieren können. Das heißt, die Erinnerungen werden nicht abgelegt in normalen Erinnerungsarealen, sondern werden vorgespeichert und, wenn Sie so wollen, vagabondieren im Gehirn umher, sind dadurch sehr leicht zugänglich, zum Beispiel durch sogenannte Trigger, dass sie dann sehr schnell auch an die Oberfläche kommen können. Das heißt aber, im Endeffekt brauche ich dafür nicht zwangsläufig Kriegszustände erleben, sondern es reichen auch andere Traumata. Können Sie da ein paar Beispiele zu nennen vielleicht? Traumata können durch eine ganze Reihe an Situationen aus dem täglichen Leben ausgelöst werden. Kriegszustände als Einsatzteilnehmer, der Bundeswehr zum Beispiel, aber auch als geflüchteter Mensch, sind Situationen, die ganz besonders häufig Traumafolgestörungen nach sich ziehen. Es gibt alltägliche Situationen, wie zum Beispiel Gewalterleben, das Erleben von Naturkatastrophen, die genauso gut etwas auslösen können. Schlimme Situationen, die Gott sei Dank nicht so alltäglich sind, wie zum Beispiel Vergewaltigungen oder als Opfer von Gewalttaten. Eine Situation, die uns letztendlich alle betreffen kann, tatsächlich ist die schwere körperliche Erkrankung. Auch die kann zu einem Trauma werden. Welche Traumata bzw. welche Beispiele würden denn in der Ukraine eher zutreffen? Die Ukraine, eine Kriegssituation, ist ganz definitiv eine, die besonders häufig und intensiv zu Traumafolgestörungen führen kann. Denn da sind sowohl die Kriegsteilnehmenden als auch andere Menschen, Zivilisten, immer wieder und auch uneinschätzbar mit lebensbedrohlichen Situationen konfrontiert. Und insbesondere Kampfhandlungen, das direkte Erleben, der Beschuss, aber auch beispielsweise Zeuge zu werden, wie jemand aus der näheren Umgebung schwere körperliche Schäden davonträgt oder stirbt. Das sind typische kriegsbezogene traumatische Situationen, die natürlich in der Ukraine sehr häufig sind im Augenblick. Das heißt, eine posttraumatische Belastungsstörung entgegen zu dem, was man so gewohnt ist, ich selber erkenne es zum Beispiel nur aus dem militärischen Umkreis, sage ich jetzt mal, kann am Ende jeden treffen. Das heißt auch Helfer, Unterstützungspersonal oder zivile Bevölkerung. Ganz genau. Das Einwirken eines Traumas kann letztendlich, wenn Sie so wollen, schicksalhaft jeden Menschen treffen, oft genug dann völlig unerwartet, was durchaus auch dann zur Schwere der psychischen Reaktion beiträgt, wenn es aus dem täglichen Leben kommt, wenn man gar nicht damit gerechnet hat. Im Krieg gibt es ganz, ganz viele unwägbare Situationen, wo sowas passieren kann. Ja, es kann tatsächlich jeden treffen. Jetzt erkennt man aber einen PTBSler nicht zwangsläufig daran, keinem ist es auf die Stirn geschrieben, die Menschen rasten auch nicht automatisch irgendwie aus oder machen sonst irgendwie auf sich aufmerksam. Viele ziehen sich vielleicht auch einfach nur zurück. Wie kann man das von außen dann überhaupt erkennen? Die psychische Reaktion auf eine traumatische Situation ist sehr vielgestaltig und oft gar nicht so richtig auf den ersten Blick erkennbar, weder für die Betroffenen noch für die Umgebung. Oft genug fängt es mit ganz harmlos erscheinenden Symptomen an, wie beispielsweise Schlafstörungen, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und was wir auch häufig hören, so Rückmeldungen, die dann von Angehörigen zum Beispiel kommen, du bist nicht mehr der gleiche Mensch, du hast dich verändert als Mensch, du wirkst anders. Das kann man oft noch gar nicht so richtig in Worte fassen und greifen, sind aber mögliche erste Anzeichen. Es kommt dann oft auch zu Ängsten oder eben zu Albträumen. Und das Problem ist, dass viele Betroffene, gerade eben aus Einsatzkräftekontexten, das betrifft den militärischen Kontext, aber tatsächlich gerne auch Polizei, Feuerwehr, THW, Persönlichkeitsstrukturen haben, die nicht unbedingt auf die Eigenwahrnehmung ausgerichtet sind, sondern eher darauf ausgerichtet sind, anderen zu helfen. Man spricht auch von Rescue Personalities, Rettungspersönlichkeiten. Und diese Menschen sind darauf trainiert, bei anderen Schwierigkeiten wahrzunehmen, nicht aber bei sich selbst und kommen deswegen oft viel zu spät mit Symptomen in Behandlung, weil sie sich nicht ernst genommen haben, weil sie niemandem zur Last fallen wollten. Und da spricht man dann auch von Stigmaängsten. Jetzt sind wir direkt ein paar Fragen vorher schon mal darauf eingegangen, dass es sogenannte Trigger gibt, die tatsächlich dafür sorgen können, dass ein PTBS-Erkrankter noch belasteter ist, weil zum Beispiel Flashbacks oder Albträume dadurch ausgelöst werden können. Was sind denn sogenannte Trigger? Trigger sind Situationen, die der Traumasituation ähneln. Alltagssituationen wie zum Beispiel Gerüche, Geräusche, bestimmte Melodien, visuelle Wahrnehmungen. Und diese Alltagssituationen, die können dazu führen, dass diese Erinnerungsfragmente wieder an die Oberfläche kommen, ohne dass derjenige das kontrollieren kann. Das heißt, ich sage ein Beispiel, wenn jemand in einem Wüstenland lebensbedrohliche Situationen erlebt hat und dann einen trockenen, heißen Geruch an einem Sommertag wahrnimmt, dann kann ihn das erinnern und plötzlich eine wüstenbezogene Szene hervorrufen. Die dann sich abspielt, man spricht dann auch von Flashback, wie, als würde er im Kino sitzen. Also alle Sinnesqualitäten sind dann da, was er sieht, was er gehört hat, was er gespürt hat. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich für die Betroffenen eine sehr belastende Situation ist, die auch nicht unbedingt alltagstauglich ist, wenn das zum Beispiel im Sommer beim Grillen, bei einer Gartenparty passiert und diejenigen sich dann schämen und dann auch von solchen Ereignissen zurückziehen. Wie diagnostiziert man denn eine PTBS? Traumafolgestörungen sind vielfältig, können aber durch das fachärztliche Gespräch gut diagnostiziert werden. Das heißt, der Schwerpunkt der Diagnosestellung ist das Gespräch von Klientin oder Klient zum Arzt, Ärztin. Und das bedeutet, man versucht, die Symptome, die solche Folgestörungen mit sich bringen, im Gespräch herauszuarbeiten. Solche Gespräche sind nicht ganz banal. Da muss man sehr sensibel sein, damit man nicht im Gespräch zu tief nachbohrt und vielleicht Triggerungen der Symptomatik auslöst, sondern sie sollten respektvoll und vorsichtig geführt werden, dann aber doch alle möglichen Symptomkomplexe abdecken. Wichtig ist, dass man dabei nicht nur zum Beispiel PTBS-Kernsymptome fragt wie Albträume, sondern auch mögliche Begleiterscheinungen, denn das ist häufig. Die sogenannte Comorbidität, die Zweiterkrankung, ist ein häufiges Phänomen bei traumatisierten Menschen. Da kann man zum Beispiel eine Suchterkrankung haben, eine Angsterkrankung haben. Und das darf man in der Diagnosestellung nicht übersehen, dass es da oft mehrere Baustellen gibt, die durch diese traumatische Situation ausgelöst wurden. Jetzt kann man ja sagen, je resilienter ein Mensch ist, desto unwahrscheinlicher wird er eine PTBS abbekommen, beziehungsweise eine entwickeln. Können Sie das vielleicht für uns einordnen? Wenn jemand schlimme Dinge in seinem Leben erlebt, einschließlich auch traumatischer Dinge, dann heißt das noch lange nicht, dass er daran erkrankt. Besonders schlimme Ereignisse, wenn Menschen sterben, Kriegshandlungen etc., da ist man so reflektorisch geneigt zu sagen, das ist eine Krankheit, weil es so besonders schlimm ist. Ist es aber nicht. Selbst bei den schlimmsten traumatischen Situationen, wie zum Beispiel Krieg oder Vergewaltigungen, bleiben immer noch 50 Prozent der Exponierten, der Betroffenen gesund. Und das liegt daran, dass wir Menschen immer sowohl unter Belastung stehen, als auch Schutzquellen haben, sogenannte Ressourcen. Und die gesammelte Menge der Ressourcen, unterm Strich, ergibt dann die sogenannte Resilienz, die Widerstandsfähigkeit gegen Belastung. Das Gute an diesem Modell Resilienz ist aber, dass man daran was tun kann. Das heißt, auf der Belastungsseite ist oft wenig Einflussmöglichkeit da, weil Traumata entweder ganz überraschend kommen oder nicht vermeidbar sind, wie im Krieg. Aber auf der Ressourcenseite, da kann man zum Beispiel durch gute Vorausbildungen, durch gute Nachbereitungen Veränderungen erreichen, indem man zum Beispiel ein Entspannungstraining vermittelt. Das kann eine Ressource sein, wenn man das regelmäßig anwendet. Indem man die Betreffenden ermuntert, sich sozial gut zu vernetzen und auch mal was zu erzählen. Ganz wichtige Ressource, eigentlich die wichtigste soziale Unterstützung. Sport zu machen kann eine wichtige Ressource sein. Und je mehr man auf der Ressourcenseite hat, umso besser kann man etwaige Belastungen kompensieren. Und die Resilienz reicht dann, um eine psychische Erkrankung zu verhindern. Jetzt kann ich mich vorbereiten, darüber haben wir gesprochen. Jetzt kann ich vielleicht Nachbereitungen betreiben, um nicht zwangsläufig an der PTBS zu erkranken. Jetzt hilft mir das ja alles aber irgendwie nicht so richtig im Schützengraben weiter, wenn ich akut unter einer traumatischen Situation gerade stehe, wenn ich sie gerade erleiden muss. Wie kann ich mich denn da unter Umständen trotzdem beschützen? Alle diese Elemente sind wichtig, wenn man potenziell in einer traumatischen Situation ist. Die gute Vorbereitung vorher, Tipps und Tricks für die Situation währenddessen, eine gute Nachbereitung. In der Situation selbst sind die Mittel und Möglichkeiten natürlich begrenzt. Wenn tatsächlich gerade das Überleben im Vordergrund steht, wird man nicht in Ruhe überlegen können, wie man gerade die Psyche stabilisiert, sondern da wird man drillmäßig und reflektorisch sehen, dass man irgendwie über Wasser bleibt und auch die Psyche handlungsfähig hält. Es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man in der Situation eine Stabilisierung hinkriegen kann. Wenn man vorher beispielsweise ein Entspannungstraining gut gelernt hat, dann gibt es auch immer wieder Soldaten, die uns hinterher erzählen, das hat uns geholfen in einer Krisensituation, da haben wir uns kurz zurückziehen können und durch aktive Entspannung eine Beruhigung erreichen können. Ein zweites Wichtiges zum Schutz ist das Nutzen sozialer Unterstützung. Die enge Kameradschaft, der enge Zusammenhalt kann sehr stark psychisch beruhigend und schützend wirken. Das kann man natürlich nicht im engeren Sinne lernen, aber da kann man zumindest auch zum Beispiel vor dem Einsatz darauf hinweisen, dass man das aktiv angehen und nutzen soll. Gerade für die Vorgesetzten ist sowas wichtig. Dass man zum Beispiel in einer Pause mit weniger Druck mal eine kleine kameradschaftliche Aktion organisiert, das ist für soziale Unterstützung und zur psychischen Stabilisierung auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Es gibt auch etwas Systematisches. Es gibt ein von den Israelis ursprünglich mal entwickeltes Programm unter dem Namen Magen. Das ist dann in anderen Nationen weiterentwickelt worden. In den USA heißt es iCover und in der Bundeswehr heißt es BESA. Das ist ein Programm zur Selbst- und Kameradenhilfe, speziell für die besonders belastende Situation. Dann neigen manche Soldaten zum sogenannten Freezing. Das heißt, die frieren ein und werden handlungsunfähig. Und im Rahmen dieses BESA-Ausbildungsprogramms wird dann vermittelt, wie man gut reagiert als Kamerad. Das heißt, da werden dann strukturiert bestimmte Hinweise gegeben, Fragen gestellt. Wie heißt du? Wo ist rechts? Wo ist links? Wo willst du als nächstes hinlaufen? Also strukturierte, kurz nacheinander folgende Fragen, die den Betroffenen sozusagen in die Realität zurückführen. Das hilft in dieser speziellen Situation des Freezings und wie gesagt, wird im Moment gerade ausgebildet als ein zusätzliches Bausteinchen. Ich würde gerne nochmal auf die Ukraine eingehen und zwar auf die langfristigen Folgen, die wir erwarten. Gerade für die betroffenen Soldatinnen und Soldaten, gerade aber auch einfach vielleicht für die Zivilbevölkerung. Was kommt denn da auf uns zu? Der Krieg in der Ukraine ist unter dem Aspekt der psychischen Verarbeitung und auch der Traumatisierung ganz sicher eine der schlimmsten Situationen, die wir in Europa in den letzten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben. In vielen Punkten mit so großen Kriegsveranstaltungen wie dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg auch vergleichbar. Und es ist damit zu rechnen, dass wir große Wellen an psychischen Erkrankungen sehen werden, bei den Kriegsteilnehmenden übrigens auf beiden Seiten. Das ist völlig unerheblich, ob man Angreifender oder Verteidigender oder Zivilist ist. Die Lebensbedrohlichkeit ist ja dann auch für alle gleich. Da wird es zu Massenerscheinungen an psychischen Erkrankungen kommen. Ich kann Ihnen da zum Vergleich sagen, die afghanische Bevölkerung nach vielen Jahren des Bürgerkriegs beispielsweise und auch der direkten Kriegshandlungen hat Traumatisierungsquoten mit entsprechenden Trauma-Folgestörungen von mehr als 70 Prozent in den Studien, die wir verfügbar haben. Und in ähnlicher Größenordnung wird sich das ganz sicher in der Ukraine dann auch bewegen. Das heißt, insbesondere dann, wenn die Kampfhandlungen irgendwann mal nachlassen oder vorbei sind, müssen wir damit rechnen, dass sehr, sehr viele Menschen psychotherapeutische Hilfe brauchen. Unterstützen wir traumatisierte Ukrainer? Wir haben in der Bundeswehr gewisse Unterstützungen bereits geleistet. Es gibt Materialien, die den Umgang mit solchen traumatischen Stresssituationen, aber auch mit moralischen Konflikten behandeln, die wir in der Bundeswehr inzwischen immer breiter werdend verwenden und auch ausbilden. Und diese Materialien sind ins Ukrainische übersetzt worden und auch schon in Online-Ausbildungsmaßnahmen ukrainischen Psychologinnen und Psychologen vermittelt worden. Das ist zum Beispiel eine Unterstützungsmöglichkeit, dass wir den Versorgern, den Therapeutinnen und Therapeuten ein bisschen Hilfestellung geben, wie man so mit Kriegstraumata umgeht. Jetzt gibt es im Internet relativ viele Videos über traumatisierte beziehungsweise an PTBS erkrankte ukrainische Soldaten, die sich in Behandlung befinden. Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen. Es geht erst mal der Überlebensmodus an. Viele beschäftigen sich erst mal gar nicht mit ihrer Psyche, sondern machen weiter oder merken es vielleicht auch einfach gar nicht, dass bei denen gerade völlig was im Argen ist. So eine Dunkelziffer, die ist, glaube ich, viel, viel höher als das, was man momentan in Behandlung sieht, oder? Das ist so ein typisches Merkmal von psychischen Erkrankungen, dass ganz viele Betroffene sich erst mal nicht so richtig in Betreuung oder Behandlung trauen. Selbst bei Bundeswehrsoldaten, wo wir ja hier in einem verhältnismäßig liberalen System leben, gibt es solche Ängste vor Stigmatisierung. Wir haben in einer Studie festgestellt, ein Jahr nach Einsatzende Afghanistan, dass auch nur 10 bis 20 Prozent derer, die krank zurückgekommen sind, sich in Behandlung begeben hatten, ein Jahr danach. Und das wird in der Ukraine nicht viel anders sein. Da gibt es ganz sicher eine mindestens genauso hohe Dunkelziffer. Das Problem ist, dass sich nicht in Behandlung zu begeben nicht heißt, dass es nicht so schlimm ist, sondern eher heißt, dass es irgendwie notdürftig kompensiert ist und irgendwann dann aber doch zum Ausbruch kommen wird. Bei den Patienten, die zu uns kommen, in die Behandlung der Bundeswehrkrankenhäuser, erleben wir oft jahrelange Tendenzen und Verzögerungen. Das liegt daran, dass sich diese Soldaten zwar belastet fühlen, Schlafstörungen haben, angespannt sind, aber irgendwie kompensieren, meist über ihre sozialen Bezugssysteme. Da leiden die Frauen, die Kinder dann erheblich mit, aber es bleibt so halbwegs stabil. Und irgendwann, wenn dann zusätzliche Konflikte kommen, wie zum Beispiel die Pensionierung steht an oder es kommt zu Konflikten mit Kameraden oder Vorgesetzten, dann reicht der Schutzwall oft nicht mehr aus und die alten unverarbeiteten Einsatzerlebnisse drängen nach oben. Und das ist dann für die Betroffenen doppelt leidvoll und oft ganz unerwartet. Wieso denke ich plötzlich wieder über Afghanistan nach? Verstehe ich gar nicht. Das ist tatsächlich der Preis, den man zahlt, wenn man zu lange wegschiebt, verdrängt und sich der Symptomatik nicht stellt. Was sind denn die Chancen wieder auf eine vollständige Genesung? Die Frage, inwieweit man durch Psychotherapie oder psychiatrische Behandlung wieder so ganz der Alte wird, vollständig genießt, die ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Wenn jemand einen Beinbruch hat, dann weiß man, was eine vollständige Genesung ist. Das Bein ist wieder gerade und er kann wieder Sport machen. In der Psyche ist das insofern schwierig, da müsste man erstmal wissen, was ist eigentlich normal. Und schwierig ist es auch deswegen, weil viele, die traumatisches Erleben gehabt haben, nicht nur darunter leiden, sondern auch daran wachsen. Und das Besondere ist, was man als Laie oft erstmal nicht versteht, dass diese Prozesse gleichsinnig geschehen. Es ist also nicht so, wer besonders stark leidet, der wächst nicht. Könnte man ja denken. Nee. Wer stark leidet, setzt sich intensiv mit seinen Traumaerfahrungen und auch Einsatzerfahrungen auseinander. Und dadurch wächst etwas in der Psyche. Zum Beispiel mehr Wertschätzung für die Familie, mehr Wertschätzung für soziales Engagement, vielleicht sogar spirituelle Erkenntnisse und Wege. All das wird von den Betroffenen auch als sehr positiv wahrgenommen. Und wenn man diejenigen befragt, was wir in unseren Therapien oft tun, wollen sie wieder so werden wie früher, dann sagen sie auf den ersten Blick erstmal, ja natürlich, dann werde ich meine Symptome los. Und wenn ich dann als böser Therapeut sage, da müssten sie aber eigentlich auch ihre ganzen Wachstumserfahrungen an der Kasse abgeben, da sagen ganz viele, nee, 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 das will ich nicht. Ich will das Wachstum behalten, das ist mir wichtig und wertvoll. Deswegen muss man den Heilungsbegriff in der Psyche, gerade in der Traumatologie, immer so ein bisschen relativieren. Ich würde eher sagen, Wiedergewinnung von Lebensqualität und wieder mehr bessere soziale, dienstliche Interaktionen, mehr Kraft, das sind unsere Ziele. Wieder so werden wie früher, oft nicht. Was können Sie denn für Hilfemechanismen empfehlen? Das Kernelement der Therapie von Trauma-Folgestörungen, das ist die Psychotherapie. Sich in einer ruhigen, friedlichen, sicheren Umgebung die Traumaerinnerungen noch einmal anzusehen und dann auf diverse Weise durchzuarbeiten. Und die Ängste, die damit gekoppelt sind, die Schuldgefühle, der Zorn, der damit gekoppelt ist, zu entkoppeln und einzusehen, das ist alt, das kann ich jetzt langsam ad acta legen und mich meinem Leben wieder zuwenden. Also ein Sortierprozess, ein Bewertungsprozess, das ist das Kernelement von Traumatherapie und das ist klassische psychotherapeutische Arbeit. Dann ist es aber auch wichtig, zusätzliche Aspekte noch gut zu verstehen und zu bearbeiten, wie zum Beispiel moralische Konflikte, die letztendlich daraus entstehen, dass unser gesundes, vielleicht auch westlich orientiertes Wertesystem in eine Welt hineinkommt, die in dieser Hinsicht völlig anders gestrickt ist. Wenn man in einer solchen Situation von Kampf und Krieg gewesen ist, dann hat man ja auch oft gehandelt als Einsatzkraft, zum Beispiel selber auch durch den Einsatz von Waffen jemanden verletzt oder getötet. Und dann fängt die Reflexion über richtig oder falsch an. Und das kann dazu führen, dass Schuldgefühle zum Beispiel entstehen. Und Schuldgefühle, vielleicht dann auch im Verlauf gekoppelt mit dem Gefühl, ich bin kein guter Mensch mehr, ich bin ein Sünder, wenn man religiös ist, ich bin jemand, der nicht mehr liebenswert ist, weil ich ja Menschen getötet habe. Das kann sehr, sehr stark auch mit klassischer psychischer Symptomatik interagieren und sich schlimmer machen. Das heißt also, diese Beigaben neben den klassischen traumatischen PTBS-Situationen sind etwas sehr Wichtiges im Einsatzkräfte, im militärischen Kontext. Und wir fangen langsam gerade erst an, das auch in der Bundeswehr zu verstehen und auch zum Thema von Prävention zu machen, weil es ansonsten schweres Leid mit sich bringen kann, Therapien auch richtig blockieren kann. Und deswegen ist das ein ganz zentrales Thema auch für die Zukunft. Jetzt gibt es für Akutfälle, ja, aber auch eine Hotline bei Ihnen im Psychotraumazentrum, wenn ich mich nicht irre. Ganz wichtig ist es, wenn man mit möglichen Trauma-Folgestörungen zu tun hat, im Kameradenkreis, im familiären Kreis, aktive, ehemalige Soldatinnen und Soldaten, dass man die Möglichkeit hat, früh an die Betroffenen heranzukommen, so früh wie möglich. Und dafür braucht es niederschwellige Kontaktangebote. Wir arbeiten da bei der Bundeswehr auf verschiedenen Ebenen. Wir haben seit etwa 2009 eine kostenlose, anonyme 24-7-Telefon-Hotline. Die läuft über die Mitarbeiter des Psychotraumazentrums hier in Berlin. Wir haben zusätzlich Kontaktangebote über das Internet. Es gibt die Website ptbs-hilfe.de, da gibt es Kontaktformulare. Und wenn man auf Senden drückt, landet die Frage, die man hat, direkt bei Fachärzten des Psychotraumazentrums hier in Berlin und wird auch zeitnah beantwortet. Da fragen Betroffene nach, da fragen ehemalige Soldaten nach. Da fragen auch Angehörige nach. Da kommen auch immer Anfragen von Vorgesetzten. Für alle diese Gruppen sind diese niederschwelligen Kontaktangebote da. Denn das sind die, die vielleicht auch den Weg dann ebnen und bahnen können in die Behandlung und dann dafür sorgen, dass wirklich viel Zeit auch gespart werden kann durch frühzeitige gute Informationen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Element, die Früherkennung und der frühe Behandlungsbeginn. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und vor allem schön, dass Sie da waren, Herr Professor. Sehr gerne. Krieg geht an keinem spurlos vorbei. Manche tragen die Bilder für eine lange Zeit in sich. Manche tragen die Bilder vor allem für immer in sich. Nichtsdestotrotz kann Psychotherapie ein riesengroßer Schritt sein auf dem Weg zur Besserung, auf dem Weg zurück zur Gewinnung von Lebensqualität. Und damit endet unsere heutige Folge von Nachgefragt. Wenn Sie sich weiterhin und noch mehr über das Thema PTBS informieren wollen, beim Funkkreis-Podcast gibt es eine Folge über einen Wiedereinsteller, der zurückkehrt zur Bundeswehr nach seiner PTBS-Erkrankung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.